Zeit für ein erstes Fazit. Denn der MSV Duisburg hat seine Kräfte mit jeder Mannschaft der dritten Liga einmal gemessen und sortiert sich im oberen Teil der Tabelle ein. Vierter Tabellenplatz für die Zebras. Gino Lettieri zeigt sich bei der Pressekonferenz zufrieden. Ja, die Saison habe ich so gesehen, dass wir hier für mich persönlich einen großen Schritt gemacht haben, dass wir auch über den Schnitt sind. Und so wie sie am Anfang losgegangen ist, natürlich nicht so positiv war. Und daher bin ich absolut zufrieden. Jetzt am Samstag beginnt dann schon die Rückrunde und damit die zweite Chance für Begegnungen, die nicht ganz nach den Vorstellungen verliefen. Thomas Meisner will die drei Treffer, die die damals noch neu formierte Mannschaft auswärts gegen Regensburg bekommen hat, nicht einfach so hinnehmen. Wir haben noch eine Rechnung offen mit Regensburg. Also ich denke mal, dass die seit zwei Wochen noch einen Trainer haben, glaube ich. Das ist immer wieder ein bisschen was anderes. Die letzten zwei Spiele haben eins verloren, wo es auch schon relativ eng war. Die werden sich reinhauen, werden tief stehen, werden sich in die Zweikämpfe reinschmeißen und versuchen dann wieder auf Konter zu spielen. Und dann müssen wir uns darauf einstellen und dann, wenn wir da mit der richtigen Einstellung reingehen, werden wir da unseren Dreier holen. Aber ganz so einfach wird es nicht, auch wenn Regensburg-Tabellin Schlusslicht ist. Denn Kevin Wolze, der im letzten Spiel für den noch immer verletzten Steffen Bohl einspringen musste und durfte, hat sich die fünfte gelbe Karte geholt. Pech für ihn und den Trainer. Das Ergebnis Sperre für dieses Spiel. Der Einsatz von Enis Hayri ist ebenfalls mehr als fraglich. Und der erst kürzlich genesene Erik Wille hat muskuläre Probleme, bei denen derzeit untersucht wird, wo ihr Ursprung liegt. Also heißt es mal wieder Neubesetzung im Team. Das ist natürlich, eine kleine Umstellung ist immer da, aber ich denke mal, dass jeder weiß, auf seiner Position was zu tun ist und dass unser Konkurrenzkampf auch trotzdem noch groß ist. Und jeder einfach von der Leistungsgrenze so gut dabei ist, dass es im Prinzip dann egal ist, wer innen spielt. Weil ich habe jetzt mit mehreren ja schon innen gespielt. Es war immer eigentlich ordentlich, sage ich jetzt mal. Von daher passt es schon, wie es läuft. Also Thomas Meisner bleibt entspannt. Und er freut sich auf das Spiel. Denn es ist schließlich nicht nur Rückrundenauftakt, sondern auch noch Nikolaus. Und auf Weihnachtsstimmung will der Verteidiger trotz Ligaspiel nicht verzichten. Abends geht es zu den Fanclubs. Tagsüber freut er sich auf Unterstützung von daheim. Also meine Familie ist zwar hier, meine Mama hat auch am Sonntag dann Geburtstag. Aber so von der Aktion ist es schon cool, auf jeden Fall mit den Leuten dann auch zusammen zu sitzen, ein bisschen zu quatschen. Das ist schon ein schönes Erlebnis. Ob Gino Letieri auch Freude an seinem Fanclubbesuch hat, da denkt der Trainer dann drüber nach, wenn es soweit ist. Für mich ist erst einmal wichtig, dass wir uns auf dieses Spiel konzentrieren, dass wir die drei Punkte holen. Und wenn das alles klappt, dann werde ich mir das drumherum auch mal anschauen. Ja, ja. Ganz der Trainerprofi. Also Daumen drücken, dass der Nikolaus drei Punkte für die Zebras dabei hat. Damit auch der Fanclub den Gino Letieri besucht, abends was zu feiern hat. 20. Spieltag in der dritten Liga. Der MSV Duisburg empfängt den SSV Jan Regensburg und lässt sich für diesen Tag etwas ganz Besonderes einfallen. Für eine Spende von mindestens einem Euro gibt es blau-weiß gestreifte Nikolaus-Mützen. Der Erlös der Aktion geht an den Verein Zebra Kids e.V., der benachteiligten Kindern in Duisburg Events rund um den MSV ermöglicht. Erhältlich sind die Mützen im Zebra Shop in der Schauensland Reisen Arena und bei Verkaufsständen im Stadion. Zugunsten der Zebra Kids e.V. führt der MSV Duisburg auch die Weihnachtswunschbaumaktion durch, bei der Heimkinder ihre Weihnachtswünsche von maximal 30 Euro an einen Tannenbaum im Foyer der Arena gehängt haben. Wer etwas Gutes tun möchte, kann sich einen Zettel nehmen und einen Wunsch erfüllen. Der MSV Duisburg macht Sponsoren mit einem eigenen Spot auf sich aufmerksam. Und unser MSV ist mittendrin statt nur dabei. Ab jetzt wird jedes Spiel ein Endspiel sein. Erleben auch Sie spannende Spiele und eine mitreißende Atmosphäre bei den Heimspielen des MSV Duisburg. Mit dem Auftakt der Rückrunde am Samstag sollen die potenziellen Sponsoren noch einmal von der überregionalen Reichweite des MSV überzeugt werden. Der Verein soll so als Plattform dienen, die eigenen Firmeninteressen zu präsentieren und bekannt zu machen. Rückrundenauftakt auch bei den Zebradamen. Die Bundesligamannschaft des MSV Duisburg startet einen Tag nach den Herren mit einem Spiel gegen SGS Essen in die zweite Saisonhälfte. Bisher konnte die Frauenmannschaft aus elf Spielen nur sechs Punkte holen. Das Team unter Cheftrainerin Inka Grings befindet sich damit auf dem elften und vorletzten Tabellenplatz. Das Team unter Cheftrainerin Inka Grings